Das war wirklich eine sehr schöne Pilztour heute Morgen. Monika und ich waren sehr erfolgreich und wir haben die schönsten Pilze gefunden. Schaut mal selbst. Ja und da wieder ein wunderbarer Fichtensteinpilz. Was will man mehr? Ja, wir nehmen ihn raus und schauen mal, wie der unten aussieht. Ja, wirklich toll. Diese Qualität. Super. Und hier haben wir zwei flockenstielige Hexenröhrlinge gefunden und nicht weit davon schon wieder ein Fichtensteinpilz. Wunderschön. Einfach wunderschön, dieser Steinpilz. Wunderschön. Ja, wirklich sehr schöne Steinpilze finden wir jetzt. Das ist unglaublich. In bester Qualität. Ja. Und was wollen wir mehr? Ei, ei, ei. Ja, das sind wirklich wunderbare Steinpilze, die wir heute gefunden haben. Superschön. Und hier unter Fichte habe ich einen wunderschönen Steinpilz gefunden. Superschön. Ja, und schon wieder ein sehr schöner Steinpilz. Wahnsinn einfach heute. Ja, wirklich sehr tolle Pilze haben wir gefunden. In der besten Qualität. Vor allem auch Steinpilze. Und so viele hatten wir dieses Jahr noch selten. Und ja, einfach toll. Ja, einfach toll.